Hallo, ich bin Jakob. Gewalt im öffentlichen Raum ist ja unser übergreifendes Thema und dafür habe ich mir jetzt einen Gast fürs Interview besorgt, nämlich Tino Minas vom Institut für Soziologie der Uni Münster. Ja, Herr Minas, schön, dass Sie da sind. Bitte stellen Sie sich doch einmal kurz vor und was Sie so machen, woran Sie forschen. Ja, schönen Dank für die Einladung. Ich arbeite am Institut für Soziologie hier an der Universität Münster. Ich bin dort beschäftigt als Lehrkraft und habe nebenbei auch noch ein Projekt, das sich beschäftigt mit Gewalt im öffentlichen Raum. Da geht es dabei darum, unter einer makrotheoretischen Fragestellung sich damit zu beschäftigen, wie sich sozusagen rechtliche Formate auswirken auf die Handlungskoordination und zwar an besonders exzessiven Gewalttaten, also spontane Prügeleien an U-Bahnhöfen. Gut, jetzt also unser Thema, unser übergreifendes Thema ist ja Vandalismus. Wie denken Sie da, ohne dass das jetzt konkret Ihr Forschungsfeld wäre, aber wie denken Sie, kann das so ein bisschen die persönliche Wahrnehmung seiner Umgebung vielleicht eben auch des Sicherheitsempfindens und so? Wie kann das das beeinflussen? Also zunächst einmal würde ich natürlich sofort zugestehen, ja in einem etwas vielleicht maroderen Stadtviertel zu wohnen, ja das will natürlich niemand. Wenn wir in Münster schon sind, ja es gab ja vor kurzem eine Ausstellung, ja die Skulpturausstellung und in diesem Zusammenhang ist ja auch zum Beispiel in der Lokalpresse und auch übrigens auch in der überregionalen Presse in der FAZ berichtet worden über die Zerstörung von zum Beispiel von dem Eisenmann, der Eisenmannskulptur Nicole Eisenmann, da waren so vier Figuren und bei einer wurde unter anderem der Kopf abgerissen und der ist dann auch wieder aufgetaucht und so weiter. Und wenn man jetzt sich sozusagen fragt, was ist da eigentlich der Fall, dann kann man ja schnell sagen, ja es gibt hier sozusagen eine Art von, das war der Tenor von diesem FAZ-Artikel, ja gibt es eine Form des Kunstvandalismus, ja und das bedeutet hier lässt sich möglicherweise ablesen, dass es so etwas wie eine Gleichgültigkeit gegenüber den öffentlich zur Verfügung gestellten Gütern gibt. Also ich meine in diesem Fall ist es ja auch wirklich Kunst im öffentlichen Raum gewesen, statt jetzt irgendwie weggesperrt in einem Museum, wo dann einfach um 20 Uhr die Tür dicht gemacht wird. Trotzdem, also dass es jetzt eben gerade an der Kunst sich entladen hat, die dort im öffentlichen Raum steht, ist dann ja schon einfach was anderes. Würden Sie da irgendwie Selektivität unterstellen, dass dann tatsächlich das so gezielt ausgewählt wird, heute mache ich was Schönes kaputt? Also diesen Ton hatte es tatsächlich in der Berichterstattung, also mit dem, wieso wurde der Kopf jetzt abgerissen, wieso muss man den Kopf jetzt abreißen, ja. Wenn man sich darüber beklagt, dass sich nicht genügend Menschen aufregen, ja, also wenn sozusagen die Empörung ausbleibt über solche Ereignisse oder sozusagen in der Folge, ja, dann könnte das darauf beruhen, dass man die meint, der moralische Zusammenhalt, also die Gesellschaft, verstanden als eine politische Gemeinschaft, hat sozusagen Defizite aufzuweisen, ja. Das ist jetzt sozusagen mit Bezug auf die Differenzierungstheorie in der Soziologie, ja, also die sozusagen makrotheoretische Fragestellungen behandelt, von vornherein problematisch. Also in dem Moment, in dem man sozusagen gewährleisten kann, durch einen Artikel, zum Beispiel dem der alte, wie in der FAZ, eine sprachliche Form zu finden, die ernsthaft behaupten kann, dass sie sozusagen den Fall sachgerecht professionell bearbeitet, würde quasi, das ist die Perspektive von Parsons, ja, Talcott Parsons, da würde quasi eine Solidaritätsform, die der modernen Gesellschaft im Komplexitätsgrad angemessen ist, abgerufen und dann gibt es eigentlich sozusagen erst einmal keinen Bedarf, sag ich mal, ja, übermäßig zu moralisieren, ja. Sondern dann können diese Fälle sozusagen eingeordnet werden. Auch die Justiz würde an dieser Stelle ja so eine Art Vorschlag machen, wie man mit diesem Fall umgehen kann, ja. Und die Justiz würde jetzt zum Beispiel mit Bezug auf den Paragrafen im Strafgesetzbuch, das wäre Sachbeschädigung, ja, versuchen, diesen Sachverhalt adäquat aufzubereiten. Ja, wobei, also wenn ich da kurz einhacken kann, wenn es jetzt um die Moral der Gesellschaft geht, dann muss man ja schon anerkennen, dass jetzt ein zerbeulter Mülleimer oder eine beschmierte Wand schon was anderes ist als ein abgerissener Kopf von einem Kunstwerk. Eine besondere Leistung des Rechts besteht darin, dass sie gerade von den Eigentümlichkeiten des speziellen Falles absehen kann. In dem Moment, in dem es gelingt, einen übergeordneten Standpunkt, ja, eine übergeordnete Perspektive auf den Fall einzunehmen und das auch sozusagen sich verfängt und greift, also dass zum Beispiel auch die Beschädigten danach sagen können, ja, okay, ich hätte mir jetzt was Besseres vorgestellt vielleicht, aber es ist sozusagen besser als nichts, ja, ist sozusagen mit Bezug auf das Problem der Kohäsion der Gesamtgesellschaft erst einmal keine Notwendigkeit, die Alarmglocken zu läuten, angemeldet, ja. Ja, dann vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Minas, vielen Dank für das Gespräch. Ja, schönen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.